Riecht ihr das auch? Das riecht fast ein bisschen wie Öl. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zurück zu Turmoil. Dem Spiel, in dem Ruhm und Reichtum keine Wahl sind, sondern ein Dauerzustand meinerseits. Die Konkurrenz kann aufgeben. Ich bin uneinholbar. Ich bin sehr gespannt, wie lange das noch anhält. Ich habe 64.000 Dollar. Die anderen dümpeln rum, so bei 29.000, bei 17.000 und bei 27.000. Ach, das ist wie Dreck auf meiner Kleidung. So wische ich das weg. Okay, Upgrades. Was brauche ich? Mir wurde mehrfach der Bohrer empfohlen, weil anscheinend werden Steine in diesem Spiel noch sehr, sehr nervig. Und der Bohrer kann dagegen helfen. Soll ich den Bohrer kaufen? Das ist ein 30k. 60k. Ich habe 60k. 64k haben wir genau. Ich kaufe mal den Bohrer, bevor ich es dann bereue. Und danach nichts mehr. Dann werden wir nochmal weitersehen. Was ich auch noch will, ist Schnelligkeit für die Stockidioten und Timer. Wollte ich, glaube ich, noch irgendwie sowas. Aber ich kaufe erst mal den Bohrer. Ich habe eine neue Bohrmethode gefunden, die dir ermöglicht, durch Felsen zu bohren. Ah, ja. 30.000 weg. Jetzt muss ich ranklotzen. Gibt es irgendwas Gutes im Saloon? Von Kyle zum Beispiel. Keine Lust mehr auf Nenige-Preise. Steckt mir was Geld zu. Und der Preis bei Left-Ink wird demnächst mehr bla bla bla. 87 Cent für 6k. Was? Das Upgrade ist... Das Angebot ist furchtbar. Das kann ich nicht annehmen. Anthony. So ist ein Stück lang. Wie viel Öl? Gib mir einen deiner ganzen Diamanten. Und ich zeige es dir auf der Karte. Dummerweise habe ich keinen Diamanten dumm gelaufen. Dazu brauche ich Maulwürfe. Glaube ich. Okay. Ich habe noch 34.000. Das heißt, das muss jetzt gut laufen. Stadthalle. Eine Land-Auktion. Ich bin bereit. Weiß ich noch, wie man das Spiel spielt? Ich hoffe schon. Willkommen bei der Auktion. Bla 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 bla. Beat it. Leute. Ich bin wie immer der Letzte. Wo soll ich hin? Das hier war, glaube ich, gut. Hier war ein Diamant, ne? Aber es ist bereits abgebaut. Hier war 48 drin. Vielleicht hier. Das ist nicht mal so blöd. Hier waren 45, 37, 27. Ich gehe mal hier hin. Ich gehe mal in die direkte Nachbarschaft von einem Panel, wo viel Öl drin war. Ist das eine gute Idee? Das ist eine perfekte Idee. 2000. Wir sind fertig. Lasst uns wieder nach draußen gehen. Jawohl. Ich bin bereit. Jill, fahr mich zu meinem Glück. Fahr mich zum Bargeld. Okay. Direkt einen Stockidioten links, einen Stockidioten rechts. Und lasst die Show beginnen. Auf das ich mich noch erinnere, wie man das Spiel möglichst effektiv spielt. Es ist schon wieder ein bisschen her. Ich warte. Ich habe ganz vergessen, dass ich am Anfang einfach nur warte. Und die Preise sinken bei beiden. 40 Cent links. Oh mein Gott, der hat was. Und 56 rechts. Jetzt sind es nur noch 50. So. Der Scanner. Was willst du? Was? Du kannst deine Plattform jetzt aufrüsten, damit du durch Felsen bohren kannst. Habe ich verstanden. Okay. Der Scanner. Da wurde mir auch ein Tipp zugegeben. Und zwar sollte ich nicht den Scanner so groß werden lassen, um dann einfach alles aufzudecken. Sondern einfach Stück für Stück den kleinsten Scanner von oben nach unten durch. Dann finde ich das Öl auf jeden Fall. Und wenn ich mir sicher bin, dass es eine große Ölquelle ist, kann ich ja immer noch einen großen Scanner benutzen, um herauszufinden, wie groß das Ding genau ist. Das ist eine sehr gute Idee. Danke, liebe YouTube-Kommentare. So. Hier. Ja, das geht. Das ist jetzt nicht so besonders. Und ich kann das vor allem nicht verkaufen, also muss ich Insta-Silo bauen, ne? Also muss ich Insta-mäßig ein Silo bauen. Ich baue das mal ganz hier links. Wobei, ich baue das mal hier hin. So. Ich baue das Silo mal direkt hier hin. Weil ich kann das nicht verkaufen. 52? So. Was? 23 Cent Writing? Ist das euer Ernst? Er hat was. Fucking 23 Cent, really? 23? Wirklich? Das ist ein Witz. Das ist ein schlechter Witz. So. Er hat auch was. Genau hier. Wo hat der Mann etwas gefunden? Das ist eine sehr gute Frage. Hier vielleicht? Definitiv nicht. Nein, es ist weiter unten. Hier vielleicht? Na toll. Aber das Ding ist groß. Das Ding ist groß. Das Ding ist groß. Hervorragend. Ich habe nicht genug Geld, um eine Leitung bis da zu ziehen. Das heißt, ich muss gleich. Ich kaufe mir noch ein Pferd für die Plattform. Das heißt, ich gehe gleich links verkaufen, weil die sind bald bei einem Dollar. Dann kann ich hier runterziehen. Dann haben wir schon mal zwei Überplattformen. Das wird super. Ich bin wieder voll drin. Man vergisst niemals, wie man das Spiel spielt. Ich habe noch zwei Dollar. Man vergisst niemals, wie man das Spiel spielt. Wie man reich und mächtig wird, das vergisst man nie. So Leute. Komm, 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 komm. Wir haben 1,10 Dollar. Macht schneller. Please. Wir brauchen viel Geld in kurzer Zeit. Das Ding ist gar nicht so groß. Guck mal, wie schnell das leer geht. Auch mit einer einfachen Leitung. Das Ding ist gar nicht mal so groß. 1,20 Dollar. Bitte was? Das ist doch krank. Wie viel kostet das? 250. Ah. Ah. Körperliche Schmerzen. So viel Geld für eine Leitung. Aber hey, es muss sich ja lohnen. Richtig? Das Ding ist groß. Ich vertraue mir mal, dass das Ding groß ist. Es geht. Ich glaube, hier geht es dann wieder runter. Und das ist dann so ungefähr das ganze Vorkommen. Es geht. Das ist nicht riesig, aber es geht. So. Pferde. Äh. Hier. Dann alle da drüben verkaufen. 1,34 Dollar. Und da rechts geht es auch hoch. Das ist großartig. So. Einer ganz rechts. Zoom mal, ob da noch was ist. Ich glaube nicht, dass das alles sein kann. Das glaube ich nicht. Das ist ein reiches Rohstoffvorkommen, das ich hier entdeckt habe. Und so. Außerdem hat jemand geschrieben, dass ich mir Pferde kaufen soll. Also Herdengröße 1 ist das dann. Oder Herdengröße 2. Irgendwie sowas, dass ich 25 Pferde kaufen kann. Das Problem ist, natürlich können mehr Pferde mehr verkaufen. Aber ich bin der Meinung, dass ich aktuell noch gar nicht an dem Punkt bin, dass ich so viele Pferde auslasten kann. Oh, er hat was gefunden. Deshalb warte ich damit mal, bis ich Herdengröße kaufe. Ich weiß, mehr Pferde sind immer gut. Aber ich muss mehr diesen Punkt hinkriegen. Und besser wissen, wann ich das auch upgraden kann. Dann schaffe ich es auch mit weniger Pferden. Verstehst du, was ich meine? Das ist ein Lernprozess, der vorher noch erfolgen muss. So. Ich schätze mal, es ist hier. Nein. Aber das ist ein Stein. Wehe, es ist hier oben. Es ist nicht da oben. Ach komm. Verarsch mich nicht. Oh. Ähm. Wie groß bist du? Mein Herz. Alles gut. Mir ist gut. Herz. Schmerzen. Körperliche Schmerzen. Oh mein Gott, ist das Ding groß. 750, um durch Felsen zu bohren. 750, um durch Felsen zu bohren. Ist das dein Ernst? Here we fucking go, right? Okay. Ähm. Ich kann damit jetzt durch den blöden Stein bohren. Das ist gut. Aber ich glaube, ich warte noch. 750. Das reicht dann nicht mehr. Das reicht nicht mehr für ein Silo. Das heißt, wenn ich das jetzt mache, dann ist das Silo blitzschnell voll. Das ist blöd. Weil der Preis bei beiden sinkt. Das heißt, das Silo ist voll und ich muss es dann verkaufen. Deswegen mache ich es taktisch. Ich warte. Und sobald der Preis hoch genug ist, ziehe ich da die Leitung rechts nach unten durch, bis durch den Felsen durch in das Öl vollkommen. Rüste die Leitung auf. Und dann wird das ganz, ganz großartig. Richtig. Aber wir haben schon, obwohl wir am 1. April. Das wird super. Ich muss das Ding dann da durchziehen. Wobei, ich kann ja eine Sache vielleicht machen. Aber dann, ne, ich brauche das hier vielleicht für ein zweites Silo. Wobei, ich mache mal das hier. Ich mache mal jetzt. Ich kann ja hier durch, ne? Das heißt, ich mache das mal bis hier. Dann ist das dann nämlich schneller bereit. Ist das jetzt? Doch, das hat das Upgrade, ne? Das hat das Upgrade. Weil ich will jetzt nicht zu schnell zu viel Öl aus dem Boden holen. Das ist jetzt nicht... Ah, perfekt. Das geht einfach durch. Ich will jetzt nicht zu schnell zu viel Öl aus dem Boden holen, weil ich werde das Öl nicht los. Das ist das Problem. Ich brauche noch ein Silo. Ich stelle einfach mal nebendran, vor ich habe noch ein Silo. Ja, komm, ich rüste das mal auf. Und ich will nicht zu schnell zu viel Öl rausholen. Und das Ding hier kann ich jetzt blitzschnell anschließen, sobald ich bereit dazu bin. Und das bin ich gleich, weil hier rechts ist der Preis gleich gar nicht mal so schlecht. Das Summe ist das jetzt ganz rechts. Und die beiden Öldinger, die fördern, sind ganz links. Das heißt, die Karren müssen ewig weit fahren. Aber das ist kein Problem. Das kriege ich auf die Reihe. Das kriege ich hin. Ich kann das. 90 Cent. Okay, der Preis steigt rapide. Alle darüber. Alle Mann da drüben verkaufen. Aber sofort. Aber sofort. Ein Dollar. Ein Dollar zwei. Ein Dollar drei. Das ist gut. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Keine anderen Worte. So, dann brauche ich noch... Ne, ich glaube, die Pferde reichen aktuell. Ich hoffe, der geht jetzt auch zu diesem Öl-Ding hier und nicht zum Silo. Dann schlage ich ihn nämlich. Du fährst jetzt zum Silo. Ah, ne, er fährt zu dir. Ich dachte gerade schon. Was für einen Sinn wird es machen, wenn er zum Silo fährt. So, der Preis ist heiß. Das heißt, tun wir es. Und dann werde ich das Ding instant aufrüsten. So, bumm und bumm. Dann ziehe ich so viel möglich in möglichst kurzer Zeit raus. Und jetzt geht der Preis wieder runter. Dafür geht er dann links hoch. Das heißt, ich brauche da einfach genug Pferde, dass das Ding nicht überläuft. Und um zu verhindern, dass Überläufe so schlimm sind, dann kaufe ich mir auch noch dementsprechend einen Timer. Damit das nicht zu schlimm wird. So, die sind jetzt wieder unter einem Dollar. Das heißt, ich warte, bis sie ungefähr bei 90 Cent sind. Dann wechsle ich wahrscheinlich rüber. Da geht es nämlich gerade hoch auf. Kriege ich 74? Ich kriege 74. Okay. Das Ding saugt wie wahnsinnig, ne? Das Ding saugt wie verrückt. Okay, warten, 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 warten. Ungefähr jetzt ist der Punkt, wo ich rüber wechsle. Ich verkaufe das einfach mal. Ich fange einfach mal an, das ganze Zeug zu verkaufen. Wenn ihr bitte schneller machen würdet. Dankeschön. Das Ding hier ist schon fast leer. Und das hier ist zur Hälfte leer. Das Ding bewegt sich... Oh, fuck, 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 fuck. Das Ding hier bewegt sich überhaupt nicht, ne? Könnt ihr mal ziehen jetzt? Dankeschön. Das Ding bewegt sich einfach überhaupt nicht. Das ist dem egal, wie viel ich ziehe. Das ist dem absolut egal. Guck dir. Wie groß ist das Ding, bitte? Es ist gigantisch. Es ist Juni. Ich kriege das Ding nicht leer bis Jahresende. Calling it. Niemals kriege... Oh, achtfälle. Niemals kriege ich das leer. Never ever. Das wird unmöglich sein, wahrscheinlich. Das wird ein Ding der Unmöglichkeit sein. Alle Mann darüber. Ein Dollar. Oh mein Gott, verkauft. Oh mein Gott, verkauft. In der Zeit kannst vielleicht du hier... Habt ihr das? Habt ihr es? Leute? 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 Dankeschön. Spillage finds. Finde ich toll. Klasse. Die brauchen immer so lang, bis sie stehen bleiben. Ich weiß, ich kann nicht irgendwie bessere Bremsen für die Pferde kaufen. Das ist furchtbar. Er hat was gefunden. Hier rechts. Ah, da will ich aber den nicht auch noch dran anschließen, weil dann ist das echt zu übertrieben. Dann ist das echt zu viel. Zehn Pferde mal darüber. Ich muss jetzt haushalten. Ich kann nur noch maximal fünf Pferde kaufen. Wenn ich das jetzt falsch play, dann läuft das Ding da ständig über und das will ich nicht. So, wo hat er Öl gefunden? Das enttribe ich jetzt halt doch ein bisschen. Hier vielleicht. Nein, definitiv nicht toll. Äh, hier unten so. Ist das dieselbe? Wenn das dieselbe ist, dann raste ich aus. Ach, süß. Ach, süß. Soll ich die anschließen? Ich meine, soll ich? Ich könnte. Es ist Juli. Jetzt oder nie. Richtig. Fuck it. Fuck it. Das Ding kann sowieso schon durch Steine bauen. Schließe ich das Ding auch noch ran. Aber dann mache ich wahrscheinlich keine größere Leitung, weil das Ding ist wahrscheinlich dann easy leer bis Jahresende. Ich glaube auch nicht, dass ich das Ding da leer kriege. Ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass es reicht, um das Riesending da leer zu kriegen. Das hier ist leer inzwischen. Vielleicht findet hier einer noch irgendwas, damit keiner trocken liegt. 1,30 Dollar gleich. Was? Ich habe überhaupt nicht darauf geachtet. Weil ich so beschäftigt war mit anderen Zeug, weil ich das Spiel da nicht gespielt habe. Jetzt geht es wieder runter. 1,24 jetzt gleich. Okay, okay, okay. Das gibt es. Leute, könnt ihr mal schneller da hinfahren jetzt? Mann, bremst dein Pferd. Bremse dein Pferd. Er hat was gefunden, tatsächlich. Er hat tatsächlich was gefunden. Ich tippe mal drauf, ganz hier unten. Jetzt muss ich halt ein großes... Ja, nice, Sue. Wie groß ist denn das? Boys und Girls, wir sind reich. Bitte lass mich hier außen rum bohren können. Bitte. Ich habe jetzt nämlich ganz ehrlich keine Lust, das Bore-Upgrade kaufen zu müssen. Kannst du das aussaugen? Danke schön. Was ist daran so... Ach, komm. Ah, scheiß doch drauf. Das geht nicht anders. Mist. Und jetzt habe ich das... Ach man, das hätte kürzer sein können. Egal, das sind nur ein paar Dollar. So. Da drüben sind wir jetzt bei 80 Cent gleich. Das heißt, ich mache mal folgendes. Lagerhaltung for the win. Lagerhaltung for the win. Zu dem Preis kann ich nicht verkaufen. Das kann ich nicht mit mir selbst verantworten. Mit mir selbst übereinkommen kann ich da nicht mehr. So. Wir machen Lagerhaltung vom Feinsten, Leute. Wir machen Lagerhaltung vom Feinsten. Und sobald der Preis hier wieder stimmt, werde ich da drüben verkaufen. Wie wahnsinnig. Und der Preis geht bei beiden runter. Es ist September. Wirklich. Der Preis geht bei beiden runter. Ist das euer voller Ernst? Wirklich jetzt. Der Preis sinkt bei beiden, ne? Das ist dumm. Weil ich will mein Öl eigentlich noch loswerden. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich hätte schon den Wunsch, mein Öl nicht zu einem Dumpingpreis zu verkaufen. Fände ich ganz nice. Ist das eine Möglichkeit? Ich nehme das mal als nein. Ich könnte das da aufrüsten, aber dann zieht das hier wie wahnsinnig. Wobei, mehr Öl ist mehr Öl, ne? Der Preis da drüben geht hoch. Der Preis da drüben geht hoch. Okay, sobald ich da drüben anfange zu verkaufen, rüste ich das Rohr da auf, die drei, damit das nicht hier schneller gesorgt wird. Ich werde wahrscheinlich das niemals leer gehen bis Jahresende, aber wenigstens kriege ich dann einfach mehr Öl raus. Richtig. Play ich das gerade gut? Ich habe keine Ahnung. Das wird auf jeden Fall kein 40k im Monat. 70 Cent. Ich fange jetzt mal an. Ich fange jetzt mal an. Fuck it. Ich fange jetzt mal an. Ich fange jetzt mal an. Ich fange jetzt mal an. Und ansonsten wird das nämlich nie was. Und ich glaube, nach mehr Öl suchen lohnt sich gerade gar nicht. Weil, äh, selbst wenn ich jetzt noch mehr Öl finde, ich habe hier zwei große, die saugen wie wahnsinnig. Also, ja, komm, fuck it. Ach komm, scheiß drauf. Den kann ich ja nicht leer machen, wenn ich schon hier bin. So, das Ding zieht jetzt wie irre. Werdet ihr bitte in der Lage, das zu verkaufen? 80 Cent. 81 Cent. Leute. Leute. Gute Arbeit. Gute, gute Arbeit. Okay. Ich lasse mal... Ne, ich verkaufe mit allen elf. Ich habe gerade gedacht, ich lasse mal einen übrig, dass er sich vielleicht um die überlaufenden Öldinger kümmert. Aber ne, ich verkaufe mal mit allen elf. Komm, ich kaufe mal alle jetzt. Ich kaufe mal alle. Es ist mir jetzt egal. An dem Punkt ist es mir ganz ehrlich egal. So, ich kaufe jetzt mal so viele Pferde wie möglich und hämme alles raus. Für 81 Cent. Das geht jetzt aber nicht wieder runter, oder? 80 Cent. Ach, komm schon, Ride Inc. Du kannst mich mal. Es ist Mitte Oktober und ich habe erst 12K. Das ist wahrscheinlich immer noch mehr als meine ganze Konkurrenz. Aber hey. Außerdem guck dir das Ding mal an. Das wird nicht kleiner, ne? Das wird einfach nicht weniger. Es hört einfach nicht auf. Wie groß ist das Ding? Wenn ich das hier... Hier sieht man eine Linie. Das Ding ist ja zocken. Hier sieht man eine Linie. Und da sieht man eine Linie. Das heißt, die kreuzen sich ungefähr hier. Das Ding ist riesig. Das Ding ist einfach straight abge... Oh mein Gott, was? Ich sollte vielleicht wenig auf die Größe meiner Ölquellen achten und vielleicht mehr darauf, wo ich verkaufe. Verdammt nochmal. Hier, Ride Inc. Ich hoffe, ihr freut euch. Ihr habt billiges Öl gekriegt. Das beste Öl. Mann. Habe ich nicht gesehen. Sorry. 1,15. 1,16. 1,17. Mehr Pferde. Mehr Pferde. All die Pferde. All die Pferde. Keine Pferde mehr. Okay. Ab jetzt liegt es nicht mehr in meiner Hand. Ab jetzt liegt es in der Hand des Ölgottes. Erst letzte Nacht opferte ich ihm... Keine Ahnung. Ein... Ein Dollarschein. Weil ich sparen muss. Weil ich so arm bin. Habe ich ihm ein... Ein Dollar... Ich habe doch keine Ahnung. Okay. Verkauft. 1,33. November. Kommt schon, Boys. Kommt schon, Boys. Kommt schon, Boys. Verkauft... Das läuft über. Könnt ihr mal bitte schneller saugen? Was ist das? Dankeschön. Dankeschön. Das ist nicht gut für meinen Blutdruck. Das Spiel. Das Spiel ist nicht gut für meinen Blutdruck. Calling it. Soll ich das? Ich kann jetzt eigentlich schnell einen Vorlauf machen. Ich kann jetzt irgendwas mehr machen. Also... Das läuft über. Ab hier kann ich nichts mehr machen. Ab hier kann ich nichts mehr machen. Es liegt jetzt nicht mehr in meiner Hand. Aber was ich machen kann, ist... Jetzt rüber zu wechseln. Denn jetzt hat Right Ink den besseren Preis. Alle Mann bitte einmal bei Right Ink verkaufen. Ich kriege niemals das ganze Öl aus dem Boden. Ich hätte das Ding hier viel früher finden müssen. Hätte ich das Ding da viel früher gefunden, wäre es vielleicht was geworden. Aber... Ne, wahrscheinlich nicht. Ne, wahrscheinlich nicht. Das ist so krass viel Öl. Dass er es nicht am Anfang gleich entdeckt hat? Mann. Der Bohrer war eine gute Idee, by the way. Der Bohrer war eine super Idee. Ansonsten hätte ich das hier nicht hingekriegt. Ansonsten hätte ich hier komisch außen rum bauen müssen. Dann hätte es einfach... Leute! Ihr macht mich pleite mit diesen ganzen Scheiß-Spillage-Finds. Jetzt. Wie viel Öl wäre drin gewesen? Das waren alle, ne? Ich habe alle Vorkommen gefunden. Aber das Ding hier ist riesig. Das sieht aus wie ein Diamant, by the way. Das Ding ist riesig. Und da unten war ein Diamant. Das Ding ist riesig. Und ich habe nur 32k gemacht. Spillage-Strafe 2000. Ich brauche den Timer. Ich brauche den Timer. Aber sowas von brauche ich den Timer. Das war nicht gut. Ja, ich habe immer noch weitaus mehr gemacht. Das ist meine Konkurrenz. Aber der Monat fühlt sich jetzt nicht so toll an. Da waren einige Misplays drin, jo. Nicht besonders cool. Okay, Timer 2. Für 20k. Dann habe ich noch 40. Ja. Das ist gut. Das ist, glaube ich, gar keine so blöde Idee. Aua. Aua. Es tut weh. Es tut weh. Da, wo es weh tut. Maulwurf soll ich vielleicht auch noch. Oder Schnelligkeit? Ich hole mal einen Maulwurf. Vielleicht kann ich dann den Maulwurf auf Diamanten ansetzen. Auch wenn ich nicht glaube, dass ich jemals einen, oder direkt einen finden werde mit einem Scanner. Das heißt, ist der Maulwurf nicht. Oder soll ich erstmal Schnelligkeit holen? Dann hätte ich noch 25.000. Oh, mein Wünschung ist schneller. Ich hoffe, das wäre extra. Ich hole jetzt mal das hier. Ich hole jetzt mal eine Schnelligkeit 3 für 15k. Dann habe ich noch 25.000. Aber das kann ich ja wieder reinholen. Richtig? Ah, das war wahrscheinlich eine blöde Idee. Okay, 25.000. Ich gebe nichts mehr aus. Jetzt habe ich von allen Leuten am wenigsten. Das muss ich auf jeden Fall wieder reinholen. So, was gibt es im Salon? Irgendwas Gutes? Bahne. Ich kann ja eine Arbeit von 50% auf die Saft- und Gespillage-Strafen anbieten. Ja, 350.000. Äh, 350.000 nehme ich sofort. Bestes Angebot. Bester Mann. Stadthalle. Landauktion. Die Season gerade eben war nicht so gut. Aber ich kriege das auf die Reihe. Das war eine 48. Nice. Ich kriege das hin. Ich kriege das hin. So. Bieten. Alle Mann gehen. Ich muss jetzt zuerst. Ist das denn voller Ernst? Hey, wenn ich hier hingehe, werde ich garantiert verjagt. Richtig? 48, 48, 48. Hier wird auch 48 sein. Ich werde garantiert verjagt. Aber instant. Du lüg. Du lüg. Die lüg. Die lüg. Das war geil. Fucking Daisy mit 5k. Nice. Schlag mich. Ja, würde ich gerne. Fucking 5k für ein Stück Land. Ist das dein Ernst, Daisy? Wirklich? 5k für ein Stückchen Land? Fucking wow. Okay, wir fangen an. Wir fangen an. Ich kriege das hin. So, was ist es? Hättet ihr helfen? Deine Mönche umgegen das nicht jetzt blitzschnell. Das ist toll. Dann mögen sie das bitte mal unter Beweis stellen. Und Gas. Heiliger Scheiß. Die sind echt schnell. Habt ihr heute Morgen Red Bull getrunken, Jungs? Dass ihr so schnell seid? Guckt euch das mal an. Die, 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 die. Die, 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 die. Die, die, die. Okay, findet was. Bitte. Er hat was. Oh mein Gott, er hat was. Sie haben beide was. Sie haben beide was. Oh, was willst du? Was ist? Dank des Timer-Upgrades. Aber das ist jetzt länger, bis ich bleibe vom Überlaufen. Das ist toll, wie groß bist du? Lohnst du dich? Jo, für den Anfang würde ich sagen, lohnt sich das. Auf jetzt denn. Okay. Und wir verkaufen direkt da drüben. Denn die sind bei 95 Cent. Wobei, ne, ich gehe hier rüber. Das ist näher dran. Dann gehe ich weniger Risiko ein, dass das überläuft. Okay, nice. Ähm, Spanner. Wie viel hast du gefunden und wo? Uh, das könnte eine große sein. Oh mein Gott, Motherload. Yes. So will ich das sehen. Noch ein Pferd hierfür. Dann gehen beide da rüber. Das ist super. Das Ding ist, das Ding ist relativ klein. Aber ich behaupte mal, da in der Nähe sind noch andere, die ich dann später finde. Wenn ich da noch einen hinstelle. Aber das da drüben, das ist fucking riesig, das Ding. Soll ich kommen? Komm, ich mach schon mal. Fuck it. Darf ich, darf ich jetzt bitte mal? Danke schön. So, bis genau hier. Das sollte reichen, ne? Das sollte reichen. Reicht das? Reicht das genau bis an den Rand? Das sollte easy. Jawohl, easy. Okay, alle mal bitte hier rüber. 1,02 am Anfang. Das ist gar nicht mal so doof. Das ist gar kein so schlechter Preis, Jungs und Mädels. Okay, wenn sich das ein bisschen eingependelt hat, dann kümmere ich mich. Ach komm, noch ein Pferd. Dann suche ich weiter, obwohl ich suche jetzt schon weiter nach Öl. Fuck it. Man kann nie genug Öl haben. Never. Wenn dir jemand sagt, du kannst in deinem Leben genug Öl haben, dann sag ihm einfach, dass er lügt. Man kann nie genug Öl haben. Das hat mir das Spiel beigebracht. Wenn du denkst, du hast genug Öl, dann hol dir noch mehr. Du hast nie genug. So, da drüben geht der Preis. Oh ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Er hat was. Er hat was. Yes, das heißt, ich kann die linke Plattform trotzdem weiter benutzen, weil das Ding ist nicht besonders groß und wahrscheinlich bald leer. Außerdem hatte ich gerade 420 Dollars und so. 420 Blaze, Motherfucker. Okay. Ist es höher oder tiefer? Gibt irgendjemanden Tipps ab? Es ist genau unter der Oberfläche. Wie? Genau unter der... Es ist winzig. Das lohnt sich fast nicht. Kann ich... Oh, das kostet dann aber Geld. Also viel Geld. Hm. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, vielleicht hier noch einen hinzustellen und darauf zu hoffen, dass hier was ist, ne? Oh, ich mach jetzt mal ein Risikoplay. Ich mach jetzt mal ein Risikoplay. Ich tippe mal drauf, dass da noch was ist irgendwo. Und mach das jetzt mal so. Ist jetzt ein Risiko, dass ich eingehe, aber ich schau mal, ob das was bringt. Vielleicht ist es ja gar keine so blöde Idee, wie ich dachte, dass es ist. Und dann gehen alle mal darüber und verkaufen. Für 1,05 Dollar ist das gar nicht mal so schlecht. So, Pferd. Pferd. Darüber. Alle, Mann. Sind gleich nur... Also bei 90 Cent baue ich ein Silo und dann fangen wir an zu lagern. Das Ding ist halt auch klein. Aber ich hoffe halt, dass hier einer noch was findet. Und das Ding muss ich auf jeden Fall aufrüsten. Irgendwann. Das Ding muss ich auf jeden Fall aufrüsten. Okay. Die sind gleich bei 90 Cent. Das heißt, ich bereite schon mal die Silos vor. Kriege ich da... Ich kriege da keine zwei Silos rein, ne? Ich kriege da... Ne, das reicht nicht. Ach, Mann. Ich kriege da keine zwei Silos rein. Fuck. So, ein Silo hier. Und dann ein Silo da. Dann passt da noch ein zweites daneben. Ich bin der Beste. Okay. Würde hier... Nein, das geht einfach schlicht und greifend nicht. Okay. Cool. Ich rüst mal beide auf. Denn wir fangen jetzt an, das Zeug zu lagern, bis bessere Preise eintreffen. Ich hoffe, ich kriege das diese Season besser hin. Auch ohne Spillages und sowas. Weil 2K für das... Das waren irgendwie zusammengerechnet 5 Sekunden, wo was übergelaufen ist. Das war ein bisschen sehr teuer. Ein bisschen, ein bisschen sehr, sehr teuer. Wir haben April. April, April. Hä, voll lustig. So. 80 Cent da drüben. Oh mein Gott. Die schießen durch die Decke. Left Inc. Was habt ihr gemacht? Wen habt ihr bestochen für den Preis? Das ist ja krank. Ich meine, wie die durch die Decke schießen. 90 Cent. Ich geh darüber. Ich geh darüber. Right Inc. Du kannst mich mal. Hol dir bessere Preise und ich komme zu dir. Bis dahin bin ich bei der Konkurrenz. Und so. Die Konkurrenz bietet bessere Preise. Gute Preise, gute Besserung. Okay, wir warten. Ich muss das... Warte mal. Ich will, dass der hier noch was findet. Komm schon. Komm schon. Enttäusch mich nicht. Enttäusch mich nicht. Hier muss noch irgendwo Öl im Boden sein. Er hat was. Yes. Aber wo? Ist die Frage. Hier? Irgendwie nicht raus bist du? Oh mein Gott. Ähm. Vielleicht ein bisschen großes Vorkommen. Ein bisschen sehr großes Vorkommen. Bitte lass da kein Stein dazwischen sein. Bitte. Ich sehe das hier. Bitte kein Stein zwischendrin. Hat das getroffen? Nein. Ach komm, ernsthaft. Ein Pixel. Bitte. Danke. Und das Ding ist auch riesengroß. Yes. Okay, ich dachte schon, hier gibt es wenig Öl. Aber das ist eine Lüge. Das ist alles nur zum Tarnen und Täuschen. Alles nur zum Tarnen und Täuschen. Okay, die da drüben gehen jetzt hoch. Sobald ich den Laden jetzt wechsle, rüste ich das hier auf. Das hier kann warten bis auf weiteres. Aber das hier rüste ich auf. So. Und wir gehen jetzt alle Mann darüber. Und ich rüste das hier auf, um so viel wie möglich reinzuholen in der frühen Zeit. Wir haben erst Mai. Aber hey, kann ja nicht schaden, richtig? Sondern hier noch ein Pferd, damit das Ding nicht überlaufen kann. Fände ich nicht nice. 1,03 Dollar. Aber das bleibt jetzt stehen, oder wie? Das bleibt jetzt bei 1,03 Dollar stehen und geht dann wahrscheinlich wieder runter. Während die da drüben einfach komplett absaufen. Left Inc. Die gehen einfach komplett in die... Oh Gott, das war wahrscheinlich eine blöde Idee, das Ding aufzurüsten. Das saugt so viel. Ich stelle mir gerade vor, was ist Größe 3? Wenn du dir ein Rohr der Größe 3 holst, das müsste den Boden einfach leer sauen. Du kommst wahrscheinlich mit den Pferden gar nicht hinterher. Du brauchst vorher Herdengroße 2. Für 25 fucking Pferde, die wahrscheinlich nur für eine einzige Plattform zuständig sind, weil die so viel Öl liefert. Aber es geht wieder runter. Ah, 90 Cent. Nix gut. Nix gut. Wir brauchen Silo. Wir brauchen dringend Silo. Wir machen alles in Silo. Bei 80 Cent höre ich auf, vorher nicht. Vorher wird man mich nicht los. Das Ding ist immer kurz vorm Überlaufen. Die kriegen das nicht hin, rechtzeitig zu bremsen. Die haben keine Kontrolle über ihre Tiere. Mann. So, wir warten, wir warten, wir warten. Wir warten auf 80 Cent und dann hören wir auf. Weil unter 80 Cent verkaufe ich das nicht. Also sorry, mein Öl ist mir mehr wert als das. Ab jetzt geht die Lage, Altenus. Oh, das geht mir so auf die Nerven, dass ich hier keinen Silo hinbauen kann. Es würde so schön passen. Das ist der einzige Ort, wo ich jetzt noch ein Silo... Was? Okay. Ganz ruhig. Der einzige Ort, wo ich jetzt noch ein... Was denn? Ihr steht doch direkt davor. Macht es doch einfach leer. Was ist daran so schwer? Es reimt sich sogar. Boys und Girls. Wie gesagt, der einzige Ort... Ich fange das jetzt zum dritten Mal an. Der einzige Ort, wo ich noch ein Silo hinstellen könnte, wäre hier. Und das ist dann das Letzte, was ich hinstellen kann. Dann habe ich vier Silos. Und damit muss ich da... Leute, wirklich. Das Silo ist direkt nebendran. Wie kriegt ihr es hin, dass das Ding fast überläuft? Wie? Das Silo ist fünf Meter entfernt. Und bei denen läuft das fast über. Wie? Wer hat euch angestellt? Mann. Ich weiß nicht. Das sind nicht meine Arbeiter. Die kommen über eine Fremdfirma. Und sie sind nicht sonderlich effektiv. Ich muss vielleicht... Ich muss vielleicht eventuell bald Gehaltskürzungen vornehmen. Und Kürzungen an Arbeitskapital. A.K.A. Menschen. Kürzungen an Human Resources nennt sich das dann. In anderen Worten. Ihr alle werdet entlassen, wenn ihr nicht gleich gute Arbeit macht. Verkaufen, 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 verkaufen. Alle Mann darüber. Alle Mann sofort darüber. So will ich das sehen. 1,03. 1,04. Kriege ich 1,04. Kriege ich 1,04. Kriege ich 1,05. 1,05. 1,05. Mann in der ersten Reihe. Kriege ich 1,06. 1,06. Ich habe gerade schon wieder einen Ticken gehört. 1,07. 1,08. Kriege ich 1,08. Was? Wie? Du warst gerade doch bei 30 Cent, als ich das letzte Mal geguckt habe. Oh, das macht mich wahnsinnig. Oh, das macht mich wahnsinnig. So, jetzt hier nochmal. Und hier nochmal. Damit sich das die Waage hält, weil ansonsten läuft das wirklich fast über, ne? Das läuft sonst, das läuft jetzt gleich über. Oh, das ist so weit weg von der Stelle, wo ich es verkaufe. Mann, ich habe dich doch dahingestellt. Was? Ich habe den doch dahingestellt. Warum hat der das jetzt nicht genommen? Ich habe gerade zwei... Ich stelle ihn direkt daneben und er ignoriert es. Was? Die Leute sabotieren mich. Das kann es ja wohl nicht sein. Das Ding ist gleich leer. So, ich gucke mal, ob ich hier drüben vielleicht noch irgendwo Öl finden kann. Wer weiß. Meine Mitarbeiter sabotieren mich. Ich stelle ihn wortwörtlich auf diese Ölbauplattform und er ignoriert sie einfach und fährt davon. Und deswegen ist das Ding jetzt gerade übergelaufen. Oh mein Gott, er hat was. Wirklich? Kann man es ein bisschen überraschen? Äh, hier. Nein, definitiv nicht. Ihr habt das unter Kontrolle, ne? Ich muss mir keine Sorgen machen. Und der Preis ist wieder absolut im... Okay, hört einfach auf. Macht das einfach in die Silos. Ich habe keine Lust mehr auf euch. So, ist das hier so? Es ist hier... Oh Gott. Oh Gott, das ist winzig. Aber wenigstens liegt das Ding da nicht trocken, wie es jetzt ist. Okay, nice. Einfach alles in die Silos. Ihr seid alle unfähig. Allesamt miteinander. So, das ist ja... Ich verliere keine Kommentare über meine Pferde, Leute. Und jetzt warte ich. Alles, was ich tun kann, ist Warten. Und vielleicht noch ein Silo bauen. Aber alles, was ich sonst tun kann, ist Warten. Das ist das letzte Silo. Wenn das auch voll ist, muss ich verkaufen. Es ist August. Wenn das voll ist, muss ich verkaufen. Mir bleibt dann keine andere Wahl. Und die Preise gehen bei beiden rund. Ah, fuck you. Man, es ist fast so, als ob das Spiel mich nicht mag, ne? 53 Cent. Da drüben sind es 20. Da muss ich eigentlich hingucken. 54 Cent. Yay. Yay. Es ist leer. Was? Das glaube ich nicht. Das große Ding ist leer? Ich habe keine Überläufe mehr. Jetzt kann ich das Ding da aufrüsten. Also, sobald wir wieder in den Verkauf gehen. Weil ansonsten kann ich das nicht lagern. Alles gleichzeitig. So viel Öl kann ich nicht handeln, yo. Das geht nicht. Findest du auch mal was? Oder war es alles? Das war alles. Mehr Öl gibt es nicht. Das war es. 74 Cent. Bei 80 fange ich an. Wir haben am Anfang so... Hä? Ich habe doch vorhin schon einen hier hingeschickt. Der hat das nebendran gefunden. Was hast du? Wenn ich das Ding so fucking winzig... Okay. Ich nehme alles, was ich kriegen kann, schätze ich. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Ich habe nichts mehr zu verlieren. So. Wir sind bei einem Dollar. Perfekt. Ich gucke gerade in der richtigen Sekunde hin. So, fangt an. Aber sofort soll ich das da aufrüsten? Ach, scheiß da drauf. Scheiß da drauf. Sonst wird das nie was. Sonst wird das nie was. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Richtig. Ich muss noch so viel Geld zusammenkriegen. Ich will nicht wieder so einen 30k Monat. Ich will einen 40k Monat. Das hatte ich nämlich bisher noch nicht. Aber warte, 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 warte. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Ich mache einfach mal alle Pferde, die jemals waren und immer sein werden. Und dann verkaufe ich einfach mit so vielen Pferden, wie ich kann. Ich brauche wirklich Herdengröße, ne? Ich werde das ganze Öl wahrscheinlich so schnell gar nicht los. Ich brauche wirklich Herdengröße. Da drüben sind wir jetzt bei 1,30. Bei links sind wir 1,20. Ich muss das mal im Auge behalten. Nicht, dass es wieder so rauskommt wie vorhin. Wo ich mich erst aufgeregt habe. Und dann gucke ich auf die andere Seite. Und da ist ein weitaus besserer Preis. So, die sind jetzt bei... Jetzt ist es hier drüben höher. Ja, 1,32 links. Alle Mann nach links. Alle Mann sofort nach links. Das Gute ist, das Ding hier liegt trocken. Das heißt, ich muss mir keine Gedanken mehr drüber machen, dass das Ding überläuft. Nur noch das in der Mitte. Und in die Mitte ist der Laufweg von den Pferden kleiner. Hat der das gerade aus dem Silo geholt? Ist das ein voller Ernst? In die Mitte ist der Laufweg von den Pferden kleiner. Weswegen die Wahrscheinlichkeit eines Überlaufs auch kleiner ist. So funktioniert das hier. Da wo ich hier komme. Der Preis geht wieder in den Keller. Er geht erst super hoch, nur um dann wieder runter zu knallen. Das ist toll. Warum läuft das über? Ihr steht direkt davor. So blöd kann doch niemand sein. Mann, Jungs. Er hat was. Oh mein Gott, er hat was. Wo? Hier? Nein. Vielleicht weiter rechts? Und weiter unten? Nein. Weiter oben vielleicht? Ich scanne hier den ganzen Boden kaputt. Da ist nichts. Wo hast du Öl gefunden? Ganz hier? Ah. Oh nein. Ich muss durch Stein bohren. Ah. Fuck it. Here we fucking go. Here goes nothing, right? Ich muss gar nicht durch Stein bohren. Das war jetzt doch. Ich hab. Ich hätte mir das blöde Upgrade sparen können. Es ist November. Ich muss weiterverkaufen. Ansonsten wäre ich das. Ich muss weiterverkaufen. Es geht nicht anders. Alle gehen hier rüber. Da sinkt der Preis langsam. Es ist November. Ich muss verkaufen. Es geht nicht anders. Ich muss das jetzt für 57 Cent rechts verkaufen. Die Preise gehen bei beiden in den Keller. Es geht nicht anders. Das Spiel lässt mir keine Wahl. Wir haben Anfang November. Ich werde das ganze Öl sowieso nicht los. Also verkaufe ich es besser jetzt. Richtig? Wobei ich könnte vielleicht so eine Art. Warte, warte, warte. Halt, 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 halt. Das Ding ist ja auch bald leer. Ich könnte vielleicht so eine Art Supersale Anfang, Anfang Dezember starten. Aber die Preise gehen rund. Ne, das erholt sich jetzt wieder. Anfang Dezember. Am letzten Monat starte ich so eine Art Supersale. Weil ich glaube, das bringt mir dann schlussendlich mehr, als es mir jetzt gebracht hätte, einfach los zu verkaufen, ohne Sinn und Verstand. Ich kriege schon wieder das ganze Öl nicht aus dem Boden. Aber ich werde das ganze Öl sowieso nicht los. Also bringt es mir auch nichts, wenn ich mehr aus dem Boden hole, ne? Ich muss das jetzt quasi lagern. Bei 70 Cent fange ich an, sonst wird das nämlich nichts mehr. Bei 80 Cent. 75. Wie viel kriege ich bis Anfang Dezember? Kriege ich 75. Links muss ich gar nicht drauf achten. Die hängen bei 40 rum. Komm schon. Komm schon. 80. Wir sind bei 80 Cent. Alle Mann rüber. Alle Mann rüber. Alle Mann rüber. Alle Mann rüber. Verkauft, wie ihr noch nie verkauft habt. Verkauft so viel Öl, wie ihr noch nie verkauft habt. Okay. Fuck it. Fuck it. Fuck it. Fuck it. Fuck it. Das ist wahrscheinlich eine blöde Idee und eine Panikreaktion. Aber der hier ist bald alle. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ich kriege das zwar nie im Leben alles leer, aber dann kommt einfach mehr Öl aus dem Boden raus. Das ist vielleicht gar nicht mal so. Da drüben sind wir gleich bei einem Dollar. Links sind wir bei 80 Cent. Aber das wird nicht mal ein 30k Monat. Mann. Ach, Spiel. Warum musstest du die Preise sinken lassen so kurz? Weil ich so lange warten musste. Fällt das nicht so? Oh mein Gott. Da drüben steigen sie schnell. Alle Mann rüber. 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 Alle Mann nach links. Alle Mann nach links. Verkauft nach links. 1 Dollar. Komm, 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 komm. Er ist trocken. Wir kriegen das nie alles raus. Wir kriegen nicht mal alles aus den Silos raus. Das wird nicht mal 30.000 jetzt. Ah, 24. Dezember. Das ist Weihnachten. Vielleicht doch. Vielleicht kriege ich 30.000 hin. Könnt ihr vielleicht auch mal andere zu den Silos fahren, wenn es nichts aus dem Brunnen zu holen gibt, der Schlaumeier. Das war alles Öl, ne? Okay, ich habe kein Problem damit, das Ganze... Oh, das reicht nicht auf 30k. Ah, doch, es reicht knapp. Aber die Spillage-Fine tritt mir jetzt noch ein bisschen die Beine. Da war ein blöder Diamant. Mann, kein Spillage-Fine? Ist es nicht übergelaufen? Ich dachte, es wäre übergelaufen. Ich bin mir gar nicht sicher, aber anscheinend ist es nicht übergelaufen. 30,1k. Ah, ich weiß, es ist gut. Ja, die anderen holen jetzt aber auf. Ich weiß, es ist gut und es ist nicht mal so schlimm. Aber ich war beim letzten Mal kurz vor 40k und jetzt kommen zwei miteinander 30. Das fühlt sich an wie ein Rückschritt. Mann. Ich glaube, ich brauche wirklich mehr Pferde, ne? Ich brauche Herrengröße 2. Ich brauche echt Herrengröße 2. Das ist schlimm. Wo war das? Ne, Stahl. Hier. Da. Herrengröße, das sind nur 15k. Für 10 zusätzliche Pferde bis 25. Weißt du, ich weiß gerade schlussendlich sowieso nicht, was ich kaufen soll. Ich könnte jetzt größere Waggons kaufen, aber die muss ich dann wahrscheinlich, glaube ich, einzeln aufrüsten. Das heißt, hey, 15k. Ich habe 51.000. Es gibt Herrengröße 3. Was? 40 fucking Pferde? Really? 40 Pferde. Das ist ein ganzer Bildschirm voll mit Pferden. Okay, ich habe noch 36.000, Daisy hat 42.000, Joshua hat 37.000 und Blasch hat 34.000. Okay, ich glaube, ich kriege das hin. Ich brauche nur mehr Pferde, weil gerade eben war das Problem, wenige sind zu dem Silo gegangen. Also irgendwie, die meisten sind vor dem blöden Ölding gestanden und haben da rausgezogen. Das Ölding ist nicht hinterher gekommen. Es sind relativ wenige zu den Silos gegangen. Vielleicht hat das jetzt was gebraucht, das Upgrade. Okay, das war nicht so schlimm, aber im Gegensatz zum letzten Mal hat es sich ein bisschen angefühlt wie ein Rückschritt. Egal. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Habt ihr loben, sie bleibt aufs Modzone und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut. Und ciao. Ich bin mir hingekriegt. Einfach so. Ey, ey, jawohl. So, und irgendwo hier ist jetzt die Scheißgrube. Äh, war die hier? Die war hier so, ne? Ja, die war hier so. So, was jetzt? Oh, es ist zu offen. Es ist zu offen. Oh mein Gott. Einfach nach unten. Yay. Komm, jetzt noch ein Bossfight. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der sich über zweimal 30.000 in jeweils einer Saison beschwert. Ich, Mann. Das fühlt sich irgendwie nicht an, als hätte ich mein volles Potenzial genutzt. Kennst du das?